Das bedeutet, 2004 küsste dich die Wahrheit im Traume, geschrieben aber von der Realität. Erwacht ist dabei die Zukunft, des sich diesmal beinahe hinter einem rosafarbenen Kleid befundenhabens. Der Atem des Meeres spiegelte sich tönlich im Rauschen der Gewässer wieder. Dein schwarzer Smoking sitzt. Der weiße Gesamtzwirn passet wie angegossen. Du entledigtest dich all deiner Bedenken. Ihre, deine, seine, eure Stimme. Werde wilder und höher, nicht jedoch schriller. Sie bliebe seriös, sie trabet nicht davon. Sie vernahm und kreierte ebenso amüsante wie gleichsam ernsthafte Hintergrundgeräusche, entwickelte eine Eigendynamik. Dann kehret sie mit ouvrierter Offenheit zurück, blieb bei dir stehen, flüsterte dir die Wahrheit in die Horcher hinein und...